Jo Leute, damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video und wir gehen auch direkt mal auf den Shop drauf. Denn der ist gleich auch schon da in knappen 10 Sekunden. Davor eine kleine Info, hier gibt es ja aktuell das Musik-Event von Hamaki und dadurch gibt es auch ein gerades Item und zwar ein Spam-Motiv. Das könnte ich jetzt auf jeden Fall abholen. Dazu gibt es auch passendes Emote hier von ihm und naja, jetzt mal schauen was heute reinkommt. Und Everybody Loves Me, neues Emote schon wieder. Okay, der gute Doktor nochmal zurück. Interessant. Weitere vorgestellte Sachen und hier tägliche Sachen. Sieht noch nicht. Doch, das kann schon seltener sein. Und das hier auch. Okay, das sind schon mal wieder ein paar Halloween Sachen. Und hier Spinnpaket noch geblieben. Die ganzen Musikskins auch noch. Und hier unten Pakete. Okay, hier sind dann jetzt die Halloween Sachen von gestern runtergerutscht. Die werden dann auch bleiben. Und das sind die Pakete, die eh schon da sind. Okay, fangen wir um an mit Everybody Loves Me. Neues Emote. Mal schauen. Auch wieder eine Ikonenreihe Tanz. Ich weiß nicht, ob die Musik geschützt ist. Wahrscheinlich schon. Deswegen gehe ich mal raus. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ist es auch wieder TikTok oder so? Ich muss gleich mal nachschauen. Auf jeden Fall neu am Start. Also, das Lied kommt mir schon bekannt vor. Irgendwann kommt mir das bekannt vor. Okay, ansonsten der gute Doktor daneben. Hier der Skin mit dem Rückenteil und dem Emote, womit er sich verwandeln kann. Ist auch ganz okay gewesen, der Skin. Glaub nicht, dass er so selten ist. Werde ich gleich mal nachschauen. Dann gibt es noch hier seine Axt dazu. So eine Dopplacke einfach. Und dann gibt es noch die Grusebeauftragte. Der wird wahrscheinlich auch schon selten sein. Wahrscheinlich auch wieder ein Jahr her. Gucke ich dann gleich nach. Dann gibt es noch Birdie zurück. Sehr, sehr oft am Start mit dem zweiten Stil. Und dann gibt es noch die Hacke. Und ich gucke mal, wie lange das Ganze her ist. Okay, also der gute Doktor mit der Hacke ist 336 Tage her. Dann gibt es noch die Grusebeauftragte. 337 Tage her ist er auch schon sehr, sehr selten. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass er schon so selten ist. Ansonsten, Eco noch mal am Start mit dem Rückenteil. Dann gibt es hier die Hacke dazu. Nichts Besonderes ist ein Monat her. Dann gibt es noch Kieferknackerin. Hier nochmal mit einem Rückenteil und auch mit der Hacke hier. Und dann gibt es noch Farbenbomber zurück mit dem Farbenkanonier. Und dann gibt es auch noch hier die Hacke dazu. Und ich glaube noch einen Geleiter. Auch das ist alles nochmal knapp einen Monat her. Und die täglichen Sachen sind doch krasser als gedacht. Abstrakt, er ist nach vorne auch nichts Besonderes. Knappe zwei Monate her. Und Haxperte daneben. Der ist schon selten. 552 Tage her. Auch hier mit einem Rückenteil noch am Start. Hätte nicht gedacht, dass er so selten ist. 552 Tage her. Krass. Dann gibt es noch Hexenflug. 335 Tage her. Auch krass selten mit Fortbewegung sogar. Auch wieder ein Halloween-Emote. Dann gibt es noch dieses Emote von gestern hier, wo ich den Namen immer noch nicht weiß. Und auch das nochmal am Start. Dann gibt es noch fürchterlicher Funk. Auch der ist 337 Tage her. Schon krass selten. Und gönn die Süße ist auch nochmal 335 Tage her. Und dann gibt es noch zombifiziert mit Fortbewegung auch 335 Tage her. Genauso wie hier die Lackierung. Also heute sind wirklich viele seltene Sachen auf einmal zurückgekommen. Das ist krass. Der Rest ist dann geblieben. Und ich muss sagen, der Shop ist wirklich heftig. Bis zum nächsten Mal.